Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Fountain of Use, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Wir sind noch mal ganz kurz nach Hause gesegelt. Ich habe mir schon mal zehnmal Feder und Tinte gemacht, ein bisschen Medizinzeug und so. Und jetzt wollen wir noch schnell diese Atemmaske herstellen. Jetzt muss ich bloß mal schauen, wo das geht. Ich gehe noch mal hier auf Herstellung. Apropos, wir haben ja einen Vorteilspunkt erhalten, was jetzt nicht mehr Vorteilspunkt heißt, sondern Überlebenspunkt. Wie viel haben wir? Zwei. Ah, da fehlt uns was. Obwohl, wartet mal, Alchemie könnten wir jetzt lernen, Leute. Könnten wir jetzt lernen, aber dafür brauchen wir ja auch wieder Rezepte. Ich würde vielleicht doch dann lieber ein bisschen sparen und auf die wesentlichen Sachen eingehen, wie Hunger, Durst und sowas. Beziehungsweise die V-Sicht. Gibt es die denn noch? Wartet mal. Konzentration, da ist sie ja. Was ist denn hier? Konzentration, Rang 4, verdoppelt den Radius des Konzentrationsmodus. Weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt unbedingt brauchen, aber wäre eigentlich schon geil, wenn wir das freischalten. Okay, das machen wir so, Leute. Dann sparen wir uns die Punkte noch auf und gehen da lieber drauf. Wir kommen ja so ganz gut zurecht mit Essen, Trinken, etc. So, okay, also Herstellung. Wir gucken mal rein. Atmung, da ist sie auch schon. Atmungsblase. Die braucht ein Seil. Und an der verbesserten Werkbank ein Seil, ein Bambus und ein Leder. So, holen wir uns mal ein Leder. Müssten wir ja theoretisch hier in der Lederbox haben. Das verarbeiten. Hier, ein Stück Leder. Zack. Nehmen wir mit. Seil und Bambus. Das müsste alles hier drüben sein in unserer Hütte. Dann gehen wir schlafen und dann fahren wir wieder rüber. Ne, hier ist es nicht. Hier ist Bambus. Und ein Seil müsste doch genau hier drinnen sein. Wunderbar, Leute. Da können wir doch die Kacke herstellen. Da ist sie. Herstellen. Ach ne, wir brauchen eine Nattel. Warte. Nehmen wir hier die Kupfernattel. Und zack. Wunderbar. Geil, Leute. Haben wir das jetzt auch mal hergestellt? Quatsch, ich wollte ja die Nadel wieder rüber tun. So, haben wir die Atmungsmaske auch am Start. Ach so, die hat eine Haltbarkeit, sehe ich gerade. Atmungsblase. Äh, 125 von 125. Na, dann heben wir die uns wirklich auf für den Notfall, wenn wir mal richtig tief und weit tauchen müssen. Müssen wir jetzt schlafen? Äh, ne, müssen wir eigentlich nicht. Ich hatte ja gerade erst geschlafen. Dann fahren wir gleich rüber, Leute. Ich hoffe, ich habe nicht wieder irgendwas vergessen. Das Stück Kupfer, was wir gefunden haben in der letzten Folge, ähm, das werden wir benutzen, um im Notfall unsere Spitzhacke zu reparieren. So, dann einmal hier rüber, Reisepunkt, los geht's. Dann werden wir erst mal schnell auf die Pyramide nochmal gehen und dort zeichnen, also die Karte zeichnen. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt wie bringt, weil im Prinzip macht es ja nur Sinn, auf den Inseln zu zeichnen. Aufnahme läuft, wunderbar. Ich habe nochmal geguckt, Leute. Aber die Aufnahme läuft. So, Schluck Kaffee gibt's. Bei mir ist früh am Morgen. So, alles klar. Dann knallen wir nochmal da hin. Was ist denn das denn von der Insel mit diesem geilen Baum da hinten? Die sieht geil aus. Vielleicht gucken wir uns die als erstes an. So, stopp. Segel setzen, Quatsch. Ah, hat er wieder zweimal Sturzschaden bekommen. Fragt man sich, was mit ihm los ist. So, der Vogel müsste ja hier theoretisch down sein. Wartet, hier hoch. Ne, das schaffst du nicht. Wie ging das hier nochmal hoch, Leute? Weiß das noch einer? Was ist denn das hier? Noch einen Stein, den nehmen wir mit. Bevor er hier schlecht wird, ne? Hä, wie habe ich denn das das letzte Mal geschafft? Ich weiß gar nicht mehr, Freunde. Bin ich hier hoch gehüpft? Ne. Bin doch theoretisch. Ah, warte mal. Hier drüben geht's doch. Hier geht's doch, Leute. Und hoch mit dir. So, wir suchen uns hier am höchsten Punkt. Vielleicht sogar das Vogelnest. Oder hier drauf geht's nicht, ne? Naja, wir zeichnen jetzt einfach mal hier. Also. Kartierung. Los geht's. Wir haben ja beim letzten Mal mit dem Buch irgendwas freigeschaltet, ne? Was Kartierung angeht. So, massiver Stein ist hier. Ansonsten ist hier nix. Also das war einmal umsonst. Diese Insel dort sieht so schön aus. Guckt mal. Mit diesen, mit diesen Bäumchen drauf. Diese Vulkan-Krasse-Sache dort ist auch heftig. Das gibt's denn hier noch so, was man von Weitem mal sehen kann. Ansonsten ist hier eigentlich nicht viel. Wir machen erst mal auf die kleine Insel rüber. Beziehungsweise hier auf dieses, auf diese Steinformation. Da scheint nämlich irgendwas drauf zu liegen. Das sehe ich von hier. Und dann gehen wir erst mal auf die kleine Insel. Schön vorsichtig. Nicht, dass es dir wieder wehtust. So, geht doch. Äh. So kann er plötzlich nicht mehr schwimmen. Ah, jetzt geht's. War wahrscheinlich ein Bug. Alles klar, Leute. Opa. Einmal rückwärts gegangen. Ja, der Nachteil an dem Katamaran ist, dass du hier halt wieder eingeschränkte Sicht hast. So, und hier hatte ich doch gerade was gesehen von Weitem. Oder hat das getäuscht? Ne, das hat getäuscht. Es sah so aus, als ob hier irgendwas drauf liegt. Aber ist nicht so. Ich mach mal kurz die Sicht an. Ist hier noch irgendwas Besonderes? Nö. Dann fahren wir als erstes rüber auf diese kleine niedliche Insel. Die sieht irgendwie toll aus. Dann können wir ja vielleicht erst mal kurz übernächtigen. Und, äh, dann geht's weiter. So. Oh, zieht doch rum, die Karre. Rum. Also zumindest sieht dieser Baum so interessant und merkwürdig aus. Wird es schon wieder dunkel gerade? Nö, es ist eigentlich gerade der Tag erst angebrochen. Was ist das für ein geiler Baum hier? 46 Schaden habe ich jetzt gerade gekriegt, weil ich hier an diesen Stein geditscht bin. Ist das euer Ernstspiel? Leute, 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 Leute. So, eine Muschel brauchen wir nicht. Trockenes Blatt nehmen wir mal mit. Hier ist eine Kiste. Dieser Baum, der sieht... Den hat ja schon jemand hier angepflanzt, ne? Guckt mal an. Eisenbaum. Alter, was ist denn das hier? Guckt mal, Eisenbaumast. Wir nehmen mal drei von denen und alle von denen. Wir haben ja jetzt eine Kupferaxt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, oh, da haben wir aber gleich Gewicht. Was wiegt denn so ein Ding hier? Fünf Kilo. Gehen wir mal auf Baupläne. Verbesserte Baumeister-Werkzeugkasten. Verbesserte Schmiede. Eisensäge. Oha, Leute. Da haben wir ja ganz schön was rausgeholt. Ich bringe das mal ganz kurz ins Floß, bevor wir uns nicht mehr bewegen können. Dann holen wir uns noch diese Drachenfrucht, die wir dort gerade gesehen haben. So, da haben wir das schon mal gesichert. Acht Stück. Holz hauen wir auch hier rüber. Den Stein hier rüber. Und das Blatt auch. Genau. Nehmen wir gleich noch die Drachenfrucht mit. Ich schätze mal, wir brauchen hier nicht kartieren. Das macht keinen Sinn. Hier drüben wird wahrscheinlich auch nichts groß sein. So, da ist sie. Die konnte man doch einfach so essen, ne? Genau. Oder kriege ich da eine Markenverstümmelung. Ist da drüben noch irgendwas Interessantes? Ich glaube, da liegt nur so der Standard-Loot rum. Bin mir nicht sicher. Wenn es einer weiß von euch, ob auf diesen kleinen Inseln da jetzt noch irgendwas Abgefahrenes ist, könnt ihr ja nochmal in die Kommentare schreiben. Naja, ich würde sagen, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Ich sehe hier momentan nur eine Rieseninsel. Ich weiß nicht, was dahinter noch ist, aber ich würde sagen, wir docken erst mal dort an. Und schauen, was uns dort erwartet. Vielleicht ist das ja die Eiseninsel. Oh, ey, dass der immer Sturzschaden bekommt, das macht mich fertig. So, rückwärtsgang. Da müssen wir bloß mal eine geeignete Stelle dort suchen. Das sieht nämlich nicht so einladend aus. Es ist vor allen Dingen eigentlich nicht klug, an der Insel zu fahren, wo so krass die Lava runterläuft. Aber naja. Ort freigeschaltet. Da haben wir irgendwas freigeschaltet, Leute. Aber es scheint nicht die Eiseninsel zu sein. Hm. Ich würde sagen, wir segeln nochmal drum rum. Das ist wahrscheinlich nicht die Eiseninsel. Hier ist ein Fischerplatz. Alter Schwede. Hier drüben ist noch so eine abgefahrene Formation. Das sieht alles nicht so einladend aus, finde ich. Da hinten ist noch eine Insel. Also ich würde schon sagen, wir versuchen das Journal abzuarbeiten oben. Oh, hier ist ganz schöner Nebel. Die Mistlands. Willkommen in den Mistlands. Ah doch, da brennt ein Feuer dort vorne, ne? Das scheint noch eine große Insel zu sein, Leute. Ich muss ja bloß ein bisschen schauen, dass wir hier um die Felsen navigieren. Boah, krass. Ja, Vulkan sieht schon echt böse aus. Und da oben brennt ein Feuer. Ich schätze mal, wir müssen hier irgendwo anlanden. Ja, durch den Nebel wird es nicht einfacher, ne? Aber guckt mal, da oben brennt ein Feuer. Jetzt müssen wir bloß einen schönen Ort finden. Hier vorne sieht es flach aus. So, Leute. Aber das scheint auch nicht die Eiseninsel zu sein. Ach ne, guck mal. Die Eiseninsel ist tatsächlich die Vulkaninsel. Jetzt sind wir auf der nebligen Insel. Ah, Mist. Die Frage ist, wollen wir uns das angucken? Oh, irgendwas greift uns hier an. Ne, da machen wir doch... Da machen wir doch zum Vulkan. Sorry für das Hin und Her, aber wir müssen uns erst mal hier ein bisschen orientieren. Und hier hinten sah es so aus, als ob man da gut andocken könnte. Also ihr seht schon, es gibt wieder genügend Content. Es gibt wieder genügend Sachen zu entdecken. Und das macht so viel Spaß an dem Spiel, ne. Dass man halt auch weiß, okay, wir haben jetzt ein bisschen auf das Update warten müssen. Aber so wie das Update kam, kam auch ein Haufen Inhalt mit rein. Wir müssen jetzt hier nur eine geile Stelle finden, wo wir halt rankommen. Ah ja, guckt mal hier. Das ist doch perfekt. Da liegt ein Buch, sehe ich schon. Okay. Reicht das, um hier rüber zu kommen? So, Fischgräten nehmen wir natürlich mit. Hier haben wir ein Büchlein. Buch von Sehnt Albans. Gucken wir mal, was das bringt. Schaltet Effekt Angeln. Naja, Angeln sind wir ja noch nicht so gut. Hier ist ein Einbaum. Okay. Wir wissen ja nicht, was uns hier erwartet. Deswegen nehme ich lieber die Armbrust in die Hand. Wir versuchen dann erstmal irgendwo zu kartieren, einen hohen Punkt zu finden. Dass wir hier einen kleinen Überblick bekommen, was hier eigentlich Phase ist. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht gleich... Oh. Oh. Okay, wir kriegen ja sofort, äh... Schaden durch Schwefelgas. Ah, wir haben die Pestmaske nicht, ne? Scheiße. Diese hier. Kräutermaske. Äh... Ne, bietet Schutz gegen Malaria. Das bringt uns ja gar nichts. Wartet mal. Gibt's denn noch irgendwas, was uns direkt vor so Qualm schützt? Beziehungsweise Schwefelgasen? Hm. Die ist halt nur fürs Tauchen. Das ist Mist, Leute. Dann müssen wir doch an die andere Seite der Insel. Das ist Mist. Aber wir haben schon mal ein Buch gefunden. Das ist ja auch schön. Wir können ja einmal ringsherum. Dann haben wir hier einen besseren Einblick, wie die Insel aufgebaut ist schon mal. Also weit kamen wir da jetzt nicht rein. Da brauchen wir wahrscheinlich noch irgendwas, was man später freischaltet. Irgendeine... Irgendeine komische Atmungsmaske, die uns vor diesen Dämpfen schützt. Aber hattet ihr mir nicht das schon mal geschrieben, als es... auf dieser windigen Insel, in diesen... äh... dort beim Boss? Sollte ich doch auch irgendein Ding ein... äh... aufsetzen. Ah ja, guckt mal. Hier sieht es auch schön aus. Wir müssen halt einen guten Platz für einen Dock finden. Das ist halt wichtig. Findet den Ingenieur und Doktor. Hier sieht es doch eigentlich ganz okay aus. Wollen wir hier einen Dock bauen? Haben wir Dinger einstecken? Haben wir einstecken? Wartet mal. Wieso haben wir denn jetzt schon wieder einen Sturzschaden bekommen? Ich verstehe das nicht, Leute. Oh, da vorne ist eine Mieze-Katze. Scheiße, Leute. Die sollten wir erst mal beseitigen, bevor wir hier einen Dock bauen. Ist es nur eine? Ja. Okay, das klappt ja super. Mit der scheiß Armbrust. Okay, ich glaube, ich mache es lieber mit dem Speer. Da komme ich besser klar. So, wir haben... alle Pfeile wieder. Okay. Puma sehen, nehmen wir mit. Puma haut, nehmen wir mit. Vielleicht brauchen wir jetzt erst mal nicht. Ernten. Ich glaube, ich nehme für sowas lieber den Speer. Jetzt müssen wir schauen, wo habe ich denn jetzt meinen Hammer? Den habe ich gar nicht mehr ausgerüstet. Wie war es? Ach nee, Quatsch. Ein Dock ist ja woanders. Okay, wir haben unseren ersten Puma erledigt. Ah ja, das passt ja wunderbar, Leute. So, platzieren. Und bauen. Ah, das ist der Überlebenspunkt. Ich glaube, das war hier drinnen nur ein Bug, Leute. Hier stand ja da, baue auf der Kupferinsel. Ich glaube, es war nur ein Schreibfehler. Die meinten die Puma-Insel. Denn der Punkt ist jetzt weg. Okay. Dann werden wir mal mit dem Floß anlanden. So, angedockt sind wir. Halt, wir wollen mal kurz schlafen. Äh, ja, machen wir so. Wieso schützt uns eigentlich unsere Kleidung jetzt nicht mehr vor Wind und so? Das ist ein bisschen merkwürdig, finde ich. Okay, dann schauen wir uns hier mal um. Es ist natürlich scheiß Wetter. Hier ist eine Gerberwerkbank. Hier liegt noch mal getrocknete Haut. Gerber Gestell. Also hier wurde ordentlich gegerbt. Hier liegt noch ein Buch, Leute. Abhandlung über Waffenkunde. Das ist gut. Schaltet noch mal irgendeinen Werfeneffekt frei. Ist hier noch irgendwas? Gucken wir natürlich jede Ecke hier ganz genau an. Was haben wir hier für ein Bäumchen? Ach, gucke mal. War das jetzt schon immer so, dass man jetzt direkt vom Baum einfach die Früchte so nehmen kann, mit E? Musste man die nicht auch immer erst mal anklicken und dann schauen, wie viel man pflückt und so? Ja, oben ist noch so eine Art Riesenteller. Es ist natürlich hier so ein Sauwetter, Leute. Und unsere Kleidung schützt uns überhaupt nicht mehr vor Wind. Was ist das hier? Ah! Wartet mal, Lampenöl haben wir ja. Wir holen uns mal schnell Lampenöl, dann machen wir es uns hier drinnen schön hell. Aber wieso läufst du denn so komisch? Und wieso hast du jetzt die Fackel weggenommen? Ich habe nichts gedrückt, ne? Der hat jetzt einfach von sich aus die Armbrust in die Hand genommen und die Fackel weggesteckt. Warum auch immer. Ah, die Fackel ist wegen des Regens ausgegangen. Jetzt kam erst die Nachricht, Leute. Okay, wo haben wir das Lampenöl? Zack. Einmal reicht ja. Warte mal, wir nehmen gleich noch zweimal mit. Oder dreimal, falls wir hier noch so eine Dinger finden. Nun gut. Das mit dem Wind macht mir ein bisschen Sorgen, weil wir ja dann irgendwie krank werden. Warum wir auch immer jetzt keinen Schutz mehr gegen Wind haben. 80% nur noch. Das war doch mal 100%, oder nicht? Dachte ich. Okay, nach dem Patch hat sich das vielleicht ein bisschen geändert. Okay, Lampenöl reinfüllen. So, brennt. Wunderbar. Dann geht's weiter. Ich schluck Kaffee vorher, falls der nächste Puma kommt, dass wir gut vorbereitet sind. Denn mit Kaffee gegen den Puma ist immer gut. So, finde den Ingenieur und Doktor. Dann schauen wir mal. Ach du Scheiße. Ingenieur ist aber gut. Vielleicht hat der Ingenieur irgendwas. Was ist denn das für ein komisches Tier? Oh. Oh, du bist ja niedlich. Okay, und drüben ist noch was. Das ist eine ganz normale Schlange, ne? Was ist denn das? Ja. Gut, hier wäre noch mal Drachenfrucht. Was haben wir hier? Hier haben wir noch mal den Eisenbaum. Es ist halt doof, dass es gerade so regnet. Man sieht ja hier gar nichts. Was haben wir hier? Allheimitteltrank. Das ist auch gut. Stöckchen. Ah, jetzt wird es auf mit Regnen. Jetzt sehen wir gleich ein bisschen mehr. Steinchen nehmen wir mit. Ansonsten gibt es hier nichts. Ich drücke noch mal die V-Sicht. Da oben ist dann noch was. Da drin sind irgendwelche Chroniken. Aber ich schätze mal, hier ist kein offizieller Weg. Großer Ast. Wo ist denn der Vogel, der hier in das Nest gehört? Oh, hier liegt Kupfer, ne? Ein Stück Kupfererz. Sehr gut. Wie viel Gewicht? Wir können noch ein bisschen. Also hier wird er ganz genau umsehen, liebe Leute. Ich schüpf hier mal ein bisschen hoch. Die Entwickler haben doch hier oben bestimmt was versteckt. Na komm schon, Alter. Die kleine Stufe kriegst du doch wohin, oder? Nee, er zickt hier ein bisschen rum. Okay. Aber hier oben scheint doch nichts zu sein. Jetzt habe ich natürlich völlig einen Überblick verloren. Wir sind von da gekommen, ne? Hier drin scheint nichts zu sein. Du bist ja niedlich. Ah, ich will dich auch nicht töten. Alter, was ist denn das? Guckt euch das mal an. Da hängen übelste Knochen, Leute. Abgefahren. Okay, hier ist... War das eine Ziege? Habe ich gerade eine Ziege gehört? Ich werde bekloppt, Leute. Jetzt wird das Spiel richtig geil. Ich liebe Ziegen. Sollen wir mal so ein kleines Ding töten? Ach, ich will es eigentlich gar nicht machen. Aber nur, um mal so neue Baupläne freizuschalten. Hier ist doch garantiert irgendwo ein Puma. Ich gucke mal, Leute. Da ist wirklich eine Ziege. Guckt mal. Oh, ist das niedlich. Geil. Aber die hat ja richtig Schiss. So, hier ist nur eine Steinablagerung, ne? Genau. Sorry, Leute, dass ich heute ein bisschen langsamer mache. Aber ihr wisst ja, ich will das auch ein bisschen genießen. Geht's hier hoch? Nö. Sah so aus. Aber das sieht ja mal abgefahren aus hier. Wer hat das da alles hingehangen? Nun gut. Plan für eine Tauchmaske der Ohreinwohner. Wartet mal. Tauchmaske. Vierfache Sauerstoffversorgung fürs Tauchen. Mhm. Da brauchen wir aber noch irgendwas. Was sind die Schlange? Ich sehe sie gar nicht. Ach, dort. So, kann ich jetzt hier irgendwas an dem Baum hängen? Nee. Ich würde ja gerne mal kartieren, wisst ihr, Leute? Ich brauche irgendeinen hohen Ort. Wir versuchen mal hier auf diesen Felsen zu kommen. Alles sieht schon geil aus hier mit diesen abgefahrenen Bögen. Ja, komm schon. Das war doch gut. Nee, das schafft er nicht. Ah, Mann, ey. Hier. Hier geht's, Leute. So, so hoch wie möglich, ne? Hier sieht's doch ganz gut aus. Und dann einmal kartieren. So. Also. Eine Ziege. Hier unten wäre noch... Hm. Akkut. Was? Wie heißen die Akkutis? So. Langerstock. Drachenfrucht. Eisenbaumast. Kamille. Da ist der Puma. Da ist ein Puma. Wo haben wir denn eigentlich angedockt? Wo ist denn unser Andock-Ding? Man sieht's gar nicht, ne? Wartet mal. Ah, hinter uns. Hier irgendwo. Also hier gibt's noch genügend Pumas. Oder wie ist der Plural von Pumas? Pumen? Okay. Naja, wir gehen mal weiter durch diese Bögen. Aber der Baum sieht schon übelst abgefahren aus. Das gefällt mir. Ist hier sonst noch irgendwas, was man hier sehen kann? Nö. So eine Ziege müssen wir uns dann später auch noch jagen. Ich weiß nur noch nicht wie. Weil die scheint ja recht scheu zu sein. So, jetzt versuchen wir mal so wenig Schaden wie möglich durch Stürze zu bekommen. Denn der Puma, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. So, hier müssen wir uns kurz durchschneiden. Hä? Leute, seh ich das richtig? Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde Aufnahme. Wir sind doch gerade erst angekommen, oder nicht? Bin ich heute so langsam unterwegs? Oh, was haben wir hier? Ah, Bandage mit geschmolzenem Gummi. Was ist das denn, Leute? Das klingt interessant. Stellt 15 Gesundheit in 2 Stunden 18 Minuten wieder her. Das ist jetzt aber nicht so viel, ne? Okay, Leute. Ne, die hauen halt ab. Wieso habe ich denn schon wieder eine Schnittverletzung? Wann habe ich mir eine Schnittverletzung zugezogen? Ich versuche den nächsten Puma mal mit dem Speer, ne? Mit parieren. Oh, Alter. Es tut mir leid, Ziege. Ich weiß, du bist nicht... Boah, was hatten die alles? Inner rein. Ziegenhaut. Und eine Ziegentrophäe. Den Rest lassen wir erst mal da. Können wir ja später holen. Neue Baupläne. Müssen nur aufs Gewicht achten. So, Baupläne. Koje aus Häuten. Cool. Das klingt gemütlich. Da ist noch eine Ziege. Hier vorne ist der Puma. Irgendwo ist der Puma. Kann der Puma nicht die Ziegen jagen und uns in Ruhe lassen? Wartet mal. Ich gucke noch mal ganz kurz auf die Karte. Naja, los. Wir gehen mal hin. Versuchen wir den mal mit einem Speer zu erledigen. Da ist noch ein Stück Kupfer. Ich sehe ihn halt nicht, Leute. Das ist so gerade das Problem. Ah, dort drüben ist er. Gut. Mein Puma, mein T-Shirt. Ich komme. Okay. Das hat gut geklappt. Oh, hier brennt es ja auch schon. Also mit einem Speer geht es definitiv besser. Die Armbrust ist für einen Arsch, Leute. Äh. Gut. Ich weiß nur nicht, ob wir hier lang dürfen oder ob wir uns jetzt hier eine tierischste Verbrennung holen. Wo sind wir denn jetzt gerade? Ei, 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 Leute. Also ein bisschen machen wir noch. Was ist denn ein Augustis? Es sind überall so eine Ruin. Aber wenn ich hier die V-Sicht anmache, ist hier nichts. Obsidian-Messer-Klinge brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da ist eine Schlange. Was haben wir hier noch so rumliegen? Nochmal ein dicker Ast. Ich habe hier auch völlig einen Überblick verloren, wo wir schon überall waren. Die Frage ist, wo sind diese Typen, ne? Okay, hier geht es zurück. Ich gehe nochmal ein Stückchen hier rein und dann kartieren wir nochmal. Beziehungsweise, was ist denn hier hinten? Ach. Ach, jetzt sind wir, hä? Hä? Verstehe ich nicht. Jetzt sind wir einmal oben hier im Kreis gelaufen. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben ja eh gerade festgestellt, dass die Folge doch schon wieder vorbei ist. Aber ich werde mit euch zusammen jetzt noch schnell die Bücher lesen. Dass wir das auch hinter uns haben. So, einmal Abhandlung über Waffenkunde. Okay. Stoppen. Es ist dunkel. Dann müssen wir mal ganz kurz schlafen gehen. Alles klar. Wir müssen dann gleich essen und trinken, Freunde. Und jetzt nochmal. So, werfen MT. MT freigeschaltet. Okay, das klingt komisch. Warum haben wir MT freigeschaltet? Egal. Lesen wir noch das Buch. So, große Fische können aufgespürt werden. Ja, geil. Freunde. Jetzt ganz wichtig, erst mal trinken. Vielleicht hier auch ein bisschen von dem Saft. Wo ist denn der Saft? Hier. Dass wir gleich satt sind. Okay. Dann geht es in der nächsten Folge weiter mit der Erkundung. Es macht echt schon wieder übelsten Spaß. Und ist interessant und spannend. Das mit dem Wind macht mir noch ein bisschen Sorgen, dass wir da die ganze Zeit Schaden kriegen. Also nicht Schaden kriegen, aber dass das zum Problem werden könnte. Puma dann doch lieber mit einem Speer als mit der Armbrust. Die Armbrust ist irgendwie nicht so meins. Ähm, genau. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.